17 Mach einen Blend Verwisch die Spur, wechsel Bitcoins zum Cash Sag zum Anwalt, Kreditkarten brennen Ich schicke ein Script, hab deine Visa ganz schnell Leute fragen mich, was ich in meiner Gegend mache Guck selber, nimm einen Blick in meine Täterakte Jugendrichter will mich sehen, weil ich Fehler machte Ich ruf meinen Anwalt, wenn ich wieder in der Gesa lande Ich war gerade 15, cashte meinen ersten OB Opfer bluten, ja ich glaube sie brauchen OB Seitdem ich neu bin, Fraud, nenn mich OG Du checkst dein Konto und denkst dir, oh je Dein Geld landet irgendwo im Ausland Spur verwischt und ich bleib anonym Richter platzen, ey, weil ich es drauf hab Und nebenbei werde ich noch berühmt Kriminelle haben unbemerkt vom Girokonto Des ehemaligen Bankkaufmannes Geld abgebucht Online und 40.000 Euro Geh online und ich mache einen Plan Verwisch die Spur, wechsel Bitcoins zum Cash Sag zum Anwalt, Kreditkarten brennen Ich schicke ein Script, hab deine Visa ganz schnell Geh online und mach einen Plan Verwisch die Spur, wechseln Bitcoins zum Cash Sag zum Anwalt, Kreditkarten brennen Ich schicke ein Script, hab deine Visa ganz schnell Am Ende wissen wir häufig überhaupt gar nicht Wie Betrüger geschafft haben, die Bank und die Kunden zu überlassen Ich hab ziemlich geplättet und hab gedacht, das kann ja wohl nie wahr sein Ich lieb sich als Bankmitarbeiter aus, mach parallel während des Anrufs Eine Aktion Was sagt aus, ich сх AF porque kita nichâte